Was bereits seit Digitalisierung und Globalisierung bekannt ist, trifft immer noch Unternehmer und Führungskräfte wie ein Schlag ins Gesicht. Die Welt verändert sich und damit auch Arbeitskultur. Nur weil Mitarbeiter vermehrt auf flache Hierarchien, komplexere Aufgabengebiete und Teamwork reagieren sollen, heißt das noch lange nicht, dass die Führungskräfte sich ausruhen können. Die Zeit der Ja-Sager im blauen Anzug ist vorbei. Der Ruf nach Entscheidungsstärke, Individualität und Flexibilität wird immer lauter. In dieser Welt voller Veränderungen, voller Transformationen ist die Weiter-so-Mentalität einfach nicht up-to-date. Change ist unbequem, Change ist herausfordernd. Und wer zukunftssicher erfolgreich sein möchte, wird sich auf neue individuelle Wege einlassen müssen. Change braucht keine Uniform. Mehr zu diesem Thema in unserem neuen Buch »Wenn Turnschuhe nichts bringen – der CEO-Code für starke Führungskräfte«. »Wenn Turnschuhe CAMP » Vielen Dank.